Und damit heiße ich euch wieder einmal herzlich willkommen zu einem wunderschönen Wurmgeschnetzel. Heute mit dabei, Benen und Shazen. Ja, hallo. Hallo. So, Shazen ist am Zug. Guckt sich jetzt mal den Knochen an. Aber, ich glaube, er hat auf die Donnerlunte abgesehen. Wahrscheinlich das riesige Wildschwein, was er kurz vor da aufgesessen hat. Das war Absicht. So sah das auch aus. Da haben wir noch mal Glück gehabt. Lohn 22, schauen auf meiner Seite. Das ist aber nicht nett. Ja, klar. Da ist mal schön bei Shazen wieder schön die dicken Kisten, damit er sich allen Scheiß kaufen kann. Ja, naja. Was soll ich dazu sagen? Ich wäre dafür, dass du dann eine Granate reinschmeißt in die Kisten. Damit das Spiel gleich weiß, dass wir das nicht wollen. In der Theorie sehe ich das sogar auch so. Andererseits. In der Praxis ist der Link ganz cool. Das ist keine gute Idee. Mit der Mine kannst du nicht so weit werfen. Mit der Granate. Das ist selter, ich weiß auch nicht, was das soll. Geh mal dahin. Tschüss. Mit der Mine kannst du nicht so weit werfen. Lauf auf! Und? Was ist dir selber drin? Das ist Gedusch. Erstmal mache ich hier meine Insel klar. Naja. Ah, genau. Ich bin tot, oder? Ja. Oh ja. Oh. Der ist tot. Keine Gefangenen. Oh. Das war schmerzend. Das hat Bumm gemacht. Tja, das Würmchen. Hat geklärt. Hat geklärt. So, was haben wir da? Wer ist dran? An der Uhr? Hm. Hm. Irgendwann gehen die mal in's denn hoch. Nein, nein, nein! Ja, perfekt. Nein. Verdienen. Ah, ich hab... Immerhin hat er dir 67 Schaden gemacht. Ohne einen Schuss abzusetzen, Alter. Das ist gar nicht so schlecht. Wollte, äh... Wo man sich halt bringt. Wow. Total Crap. Ich würd's aber ne Granate runterschmeißen. Auf den Hunderter. Hier müsste genau seinen Kopf fallen da unten. Oder, oder hoch. Guck mal, was da für tolle Hunde. Oder, 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 oder hoch. Jetzt wird hier von beiden Seiten eingelegt. Warte mal, dann trifft er ja deinen eigenen Fan. Achso, du bist auch das da unten. Ja, trifft mal deinen eigenen. Das ist das Beste. Das ist gut, ja. Perfekt. Find ich in Ordnung. Nimm's einfach die Mitte dann. Das ist doch... Darum ist, dass wir da nicht selber drauf gekommen sind, so. Ja, eigentlich. Ja, eigentlich. Ich muss dir doch einfach selber schauen. Ja, Lutsch. Ich mach dich doch einfach selber. Ähm, ja. Was mach ich da? Was mach ich da? Solltest du dich einfach weggeben. Spiel mal einfach safe, ne? Guck mal, was da oben für schöne Kisten sind. Die solltest du dir einfach sammeln. Einfach einsam. Einfach alles sammeln. Tschüss. Das kann ich dein Ernst sein. Nope. Der hält sich fest. Ja! Ja, ehrlich! Ernsthaft? Das war aber abzusehen, wenn wir ehrlich zu sein. Na klar. Damit hätte ich nie recht. Gebt weiter. Nicht schon. Dieser Vorsprung war da auch nicht. Wie will er denn? Er holt sich ja die Gesten. Oh ja. Madame Lutschein, die wollte ich haben. Kaching, kaching, ja. Kaching, 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 kaching. Wird schon sein, dass sie Münzen ziehen. Das seh ich nicht. Ich weiß nicht, was das nenntet. Warte, waren das so Münzen? Mhm. Da ist noch ne Kiste. Willst du den? Ne, ne. Aus mal liegen. Oh Mann, du Lutschein. Tschüss. Schon wieder werde ich hier bevorzugt. Bevorzugt, ja. So seh ich das nämlich auch. Bevorzugt. Getötet. Bevorherzug getötet. You're kidding me. Natürlich kommt er gleich wieder. Tja. Was jetzt? Sollte sich einfach weg teleportieren. Oder schmeiß mal Wasser da oben in die Wand. Schmeiß mal Wasser da oben. So nen Ballon einfach gegen die Wand da oben. Ahhhh. Ich hätte gesagt nur mal. Dann vielleicht stimmt's. Wahrscheinlich, ja. Hau auf. Ja, es legt sich das Leben. Ach komm ey, du. Ich wollte noch. Ja, ja, ja. Ist noch voll viel drin. Ja. Da bleibe ich. Ein Hundetreißiger. So. Was hatten wir denn hier für ne Problematik? Nein. Na? Guten Tag. Du willst ja sicherlich nicht deinen eigenen Wurm auch noch. Nö. Guck mal, du könntest den Hünder da töten. Einfach mit der Basuka rauf. Dann schick der ins Wasser. Das ist ein Safe-Kill. Wir spielen ein Spiel. Wir spielen ein Spiel. Der wird niemals rausfliegen. Niemals. Wieso hast du ihm das überhaupt gesagt? Ich denk mir nur so. Na doch. Also ich hätte dich hörgezielt. Wir sind locker ausgeklungen. Naja. Das denk ich auch. Aber das hast du ja noch. Hätte ich hörgezielt hab ich gedacht. Naja. Vielleicht dann doch. Und das ist doof. Und das ist in Ordnung. Oh shit. Hallo. Ah. Den kriegt er nicht tot. Nee. Das denk ich auch nicht. Nee. Wir könnten hier in friedlicher Koexistenz miteinander. Ne? So. Koexistieren? Ich. Koexistieren. Ich. Ich. Häh. Als ob dich das vor mir schützen wird. Mhm. So. Mal sehen was wir hier zu haben. Uh. Wenn das jetzt Amageddon ist. Das genau, das ist einfach. Das wär so schön. Das ist nicht so lange kein Amageddon. War ja eine Scheiße. Surren. Wir sammeln doch nahezu immer alle Kisten ein. Das ist. Aber die Hälfte davon ist. Oder mehr als die Hälfte. Fast alles davon ist. Dragonball. Oder eine Shotgun. Ja. So gehofft, dass es einmal Gendon ist. Ich auch. Man muss einmal Gendon ja sofort zünden, ne? Darf man zumindest seinen Wurm noch in Sicherheit bringen? Mit dem man gerade dran ist? In der Theorie. Aber meistens schafft man natürlich. Ne, das stimmt. Boah, Amakidon ist sowieso kein Save. Naja, aber es ist ein bisschen zentrierter in der Mitte. Naja, das hast du jetzt letztens, wo du es getötet hast und du bist gestorben mit fünf Führmann und so. Ah, das dauert mich nicht. Das ist verdrängt. Quasi nur auf dich gegangen. Tschüss. Ach komm, du. Erzähl mal bitte nicht so ein Pratsch. Aber ich dachte schon, ey. Ich hab eben auch gedacht, das kann ja mal nicht wahr sein. So, jetzt müssen wir auf Midnight gehen. Warum das denn? Oh ja. Oh ja. Ach, hallo. Wie bist du schon wieder dran? Ich hab ja den Wurmwechsel gemacht. Warum machst du sowas? Dann kann ich jetzt auch echt versuchen. Das ist eigentlich doch egal. Aber das geht ja nicht. Wegen dem Fass. Oh, war ja so unvorhergesehen. Dem kann ich doch nicht vorbeirutschen. Vielleicht wäre das mir runtergefallen. Das war's. Ja. Das sieht man öfter. Ja, ja. Ohrfeig ich dir. Könnte nicht. Schon wieder. So, nochmal das gleiche Spiel. In die Mitte. Mhm. Über drei Bannen zurück. Geht das? Wenn man damit umgehen kann. Bisschen weiter nach unten. Aua, nein, nein. Der hat schön gesessen. Der hat hier gesessen. Der hat alles aufgestellt. Äh, finde ich okay. Aber ich glaube, deiner ist tot, oder? Nein. Bitte, du hast da. Ich war den klein. Ich schieße auch mit kleiner Munition. So, das ist ein Wunder, der Herrmann. Hm, was haben wir denn so in unserem Repertoire, was man nutzen könnte, um sie zu töten? Ja. Da geht der 55er kaputt. Und der 100er würde damit ins Wasser. Das ist safe kill. Ja, ist richtig. Jetzt lassen wir das Schaf entscheiden. Nee. Hat keinen Bock. Ja. Zu springen. Bock und scharf. Ich hätte da jetzt Grenzwirpen editiert. Weiter geht's. Ich hoffe, das kommt. Was soll das werden? Das war nice. Ich glaube, es hackt. Nee, da unten ist ein Yoshi-Ei. Na, ja. Was soll ich mit dem Lucha machen? Ich möchte nur mal wieder darauf hinweisen, wie ich gefokust werde. Meine Litter. Das stimmt doch. Das ist überhaupt nichts mehr angegends. Das ist... You're ruining my life! Ah, das ist scheiße. I'm going to tell daddy. I want to go. Ja, ja. Come on, daddy. Das ist so cool. Na gut, machen wir safe kill, ne? Oh, Mann. Ja. Na. Genau so. Das tut auch mal wehtun. Und der soll vielleicht noch ganz gemütlich ab da hinten. Oh, das könnte ich tun. Unglaublich. Die Seite vorne links hat mir vorhin noch gehört. Oh, da soll ich doch was dran. Oh, das ist gut. Das hilft. No, it's warm. Das ist nicht... Okay. Ähm... Wie tun wir nun? Wie hell, fahr die Gitarre. Tf, tf, tf. Ach, komm, wir lassen uns. Stopp your Teamwag. Sorry. Was ist das denn? Hits up, Seilus! Hm. Eww. 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 Hinterloch. Fak einfach. Ist klar. Hürz... Die Worf's engine, ne? And, man gehen sich hier. Man. So wie man sie kennt. Werft doch noch mal n... das gibt es nicht der stein explodiert ich konnte gerade nur nach oben und unten mit der maus nicht nach links und rechts du willst auf meine ende naja besser ist natürlich ein self-film machen aber ich finde eine positionierung in dieser runde wahrhaftig gut richtig gut überall hier so ein berg zwischen mir und irgendwas anderem ich hoffe mein achter ist da drüben nicht dran und nicht der blaue ich probiere es einfach dran ja stimmt ja genau ja 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 es ist das scheißspiel in dieser ja 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 bitte wir könnten hier shotgun shotgun stirb shotgun und ja ja ich frage jetzt wird es richtig spektakulär uuuh telefon ja kann man machen er ist einmal ok Ja, für's erste. Was kommt jetzt noch? So eine Selbst-Damaged-Granate? Nee. Nee, ich mach's einfach. Ich guck mal, was passiert. Oh, na ja. Na ja. Na ja, 20. Safe-Kill, oder? Oh, stimmt. Oh. Nee, schlecht. Dankeschön. Ich hab die Führung wieder genommen. Die Führung. Ja. So. Oh. Das muss ich ent... Was jetzt? Das gibt's nicht. Hm, ich hab kein Jetpack mehr. Granatnagel. Oder Ninja-Seile, oder... Teleport-Gangel. Wie komm ich da nach oben mit Ninja-Seilen? Kunst. Ich wollte die... Die Heilung. Brücken bauen. Oder Ecken wegschießen. Die Störner. Ja. Kann ich verstehen mal, der macht ja richtig viel. Ja. Na, jetzt kannst du so hoch. Aber die kleine ist schwierig, weil die nicht so viel Damage machen. Na, aber dafür überlebt? Ja, ich hab nur noch die Kleinen. Du auch hier? Ja, ich guck mal vorbei, ne? Ich komm gleich wieder. Moment. Bleib ruhig weg, also... Du musst jetzt nicht irgendwelche Umstände machen. Nicht wie hier. Mh... 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 Das ist ja nett, dass ich... Du hast glaube ich nichts, was so viel Schaden macht. Ha... Na ja, also das hätte ich jetzt... Also... Allein... cupials Uhr ist das denn. Mh... Okay,な... Mh... oh ja jetzt bist du auch wieder ziemlich weit von jetzt haben wir alle noch zwei jetzt ist doch wieder fair und ausgeglichen wieso habe ich nix was denn und links kann so mit der besucher anschließen oben links ganz hinten mit der granade das geht nein das kann gar nicht funktionieren schlecht fünf runde des lebens ja kann ich mich auch noch der war schön das war ja der kommt nicht wieder er das ist ja kauf wo wir nicht kräftig jetzt ist es Ich hab gehofft, dass ich dann noch rüberkomme, aber leider reicht das nicht, aber das war lecker, das ist was Schönes, das war's, wir sind mal gespannt, ihr macht immer genau drei Schaden mehr oder so. Gut, das Wasser hätte wahrscheinlich auch noch gereicht. Ich hatte eine Gasmaske auf. Ach, steht. Die Gasmaske geht gegen Wasser. Naja. Aber das steht doch so unangenehm. So, was jetzt? Hm, ich kann immer noch nichts machen, Überraschung. Du hast immer noch Bananen, oder? Du hast immer noch Bananen. Ja, cool, was kann ich damit machen? Du hast doch gesehen. Einfach genau ins Gesicht schmeißen. Eine Sekunde. Ja, das ist gut. Einfach Feuer. Was? Den hab ich auch nicht gesehen. Alter, will ich mich verarschen, dieses Kackspiel. Hast du den Pichser echt gesehen? Ja, das war noch so ein kleiner Kleck, das war da noch, ja. Ja, also hab ich gesehen, dass er gegengeschmissen hat, aber so nicht. Ja, er wurde auch rot angezeigt nachher so, aber das war, der war einfach genau drauf, das war so unlucky. Was? 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 Was ist erwartet? Ach, Mann ey. Jetzt bin ich pisst. So. Oh nein. Oh Gott. Oh Gott. Das ist böse. Bleibt da drauf! Bleibt da drauf! Bleibt da drauf! Der bleibt echt drauf stehen, ne? Er ist nicht zu fassen. Oh Gott. Aber 80 Damages, das... Ah, bitter. Warte, ich hab nur die richtigen Dinge getroffen, nicht die kleinen. Der lebt auch noch, ey. Was der sich retten kann, ne? Die ganze Zeit. Der hab ich ja extra aufgehoben, den Teleporter, die ganze Runde lang einfach. Das ist so mein Ass im Ärmel. Wenn du unten gegen schießt... Du könntest natürlich auch nach rechts schießen, ne? Ja, also... Das könnte er. Ich springe hier aufs Öl. Machst du Teleporter? Oh. Oh, der andere ist dran, ja. Kein schlechter Move. Oh. Oh. Und dann möchtest du nicht einfach ans Wasser springen? Ich... Ja? Er kauft sich jetzt was. Einen Jetpack, dann fickt er auch zu dir. Bitte, ich krieg den Scheiße. Was hast du bekauft? Na, Alde. Ah, zum Hochspenden, das ist gut. Vielleicht bin ich nochmal dran. Vielleicht. Arme Arsch, nix ist. Nee, ich glaub nicht. Ich bin tot. Das war's, Genass. Ich hab's probiert. So, ich bin safe tot. Nächste Runde. Ach, er hat noch einen Wurmwechsel. Nein, ich kann mich nicht bewegen. Nein. Aber das ist egal. Sehr gut. Oh, jetzt kommt noch Juli oder sowas, ne? Einfach weg, bleib jetzt. Oh. Alter, what the fuck. So. Ich. Bist du vielleicht doch noch dran, Midnight? Guck dir das mal an. Ach, du bist ja tot. Ja, ja, du bist jetzt nochmal, du hast noch einen Zug. Das Ding ist, dass meine Beine auch gleichzeitig absaufen werden, aber dass du nicht beide töten kannst jetzt, weil dann dürfte das ja vorbei sein, ne? Also, du kannst doch jetzt nicht beide töten, oder? Nee. Boah, du willst dich noch ergraben. Da kommst du. Ich muss es probieren. Komm schon. Nice. Ich hab's nur Sunday erst probiert. Schade. Das war's. Gestern, jetzt muss ich mir schnell was überlegen. Ah. Aber erst aufzuhalten. Muss ich nur treffen. Ja, gut, aber wenn ich nicht treffe, dann ist es vorbei. Ja. Ja, das meine ich. Dann ist... Oh, dann spielst du auf Sunday. Das brauchst du ja auch. Ah, sehr schön. Ganz lame, ja? Dann machen wir es spannend. Einfach abgeguckt. Du überlebst das, du überlebst das. Nee. Boah! Alter, wie knapp. Ah, das ist unglaublich. Aber ich hatte auch... Ich hab noch eine Bananenbombe gezogen. Das war das Tolle, was ich hatte. Aber die hätten mir jetzt niemals... Ich hätte ja niemals mitgetroffen. Niemals. Das ist unglaublich. Ich hätte versuchen sollen, tatsächlich noch einen Steiler zu basteln, ey. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Oder den ersten auch schon Steiler oder so. Herrgerlich! Hahahaha! 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 Gut, meine lieben Freunde, das war wieder mal eine grandiose Wormsrunde. Hoffe ich sehr, dass es euch gefallen hat. Schaut doch beieinander vorbei. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao, ciao! Ich bin unverdient Letzte. Hahahaha!